Selbst wenn er von all dem wüsste, würde er es nicht verstehen. Ich lebte einst unter den Menschen. Ihre gesamte Kultur dreht sich immer nur um ihre Penisse. Es ist lustig, wenn man sagt, er sei klein. Es ist lustig, wenn man sagt, er sei groß. Ich war auf Partys, auf denen Menschen Flaschen, Stifte und auch noch Thermoskannen vor sich hingehalten haben und riefen, hey, seht mal her, ich bin Mr. So-und-so-Schwanz. Mein Penis ist so dick oder so und so lang. Ich habe nie erlebt, dass es kein Lacher war.